Jörg, ich habe mitgekriegt, dass du seit 7,5 Jahren einen Hund hast. Was ist das für eine Rasse? Das ist ein Staffordshire. Er hat aber noch andere Rassen. Wie alt ist er denn? 1,5 Jahre alt. Schiesst dich das nicht an, so früh aufzustehen und mit ihm schießen und pissen? Ja, am Anfang war es ein bisschen ungewöhnliches. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Du kommst von Domadems. Du redest romanisch. Wo hast du das gelernt? Nein, ich rede nicht romanisch. Mein Vater hat es uns leider nicht beigebracht. Okay, kommen wir zum Skifahren. Willst du überhaupt Skifahren oder Snowboard? Ja, ab und zu. Letztes Jahr war ich einmal Skifahren, aber nicht wirklich viel. Eben zu Corvi, einen italienischen Namen. Wo er kommt dann? Mein Vater ist Italiener. Hast du das Militär gemacht? Nein, ich war doppelt untauglich. Okay, wieso? Ich habe angeboten, dass ich ein Nachtwandeln mache. Und dann haben wir uns mega wieder nach Hause geschickt. Kannst du gerne zu schauen, wenn es Eis kommt und schlafen? Nein, nicht so. Ich bin einer, der Eis kommt und schlafen eigentlich hasst. Okay. Möchtest du Engelcup spielen und Champions League? Was hat dir besser gefallen? Schon eher in der Champions League. Das war das beste Niveau, höheres Niveau und natürlich auch die besseren Gegner. Okay.